Wissen Sie, was Sie sind? Wenn er auflegt, wird er es auch nie erfahren. Aber zu blöd so was! Jetzt peidel nicht deinen Schädel! Ah, der herabwehrt uns heute. Was ist, kann ich jetzt rein oder wollen Sie ein Selfie oder die E-Card? Also hier oben bist du sicherlich falsch. Naja, ich kann ja eigentlich nichts dafür. Ich habe runter geschaut und da war ein Straßenkehrer von der MA 48. Ah, das ist eine gute Idee. Eine letzte Chance bekommst du noch. Und zwar wirst du deinem Willen erklären, wie die Arbeit der 48er aussieht. Ich habe auch keine Ahnung. Halleluja! Halleluja! Hallo! Untertitelung. BR 2018